Guck mal, der hat genauso ein Kuchenblech wie du an seinem Moped. Ja, wirklich. Hä? Der ist einfach eine Zigarette ausgedrückt auf seinen Kofferhalter. Der hat die ausgemacht und dann später holt er die wieder raus und dann wird die angezündet. Erstmal Lungenbrötchen. Sagt er, wenn Julian das Video sieht, dann will der auch so ein Zigarettenhalter haben. Habibi! Habibi! Schön, nicht zu sehen. Ey, pass auf, wir haben heute was gesehen, Julian. Oh ja. Du wirst dir denken, das will ich kaufen, dieses Gadget. Und zwar, da war ein Motorradfahrer, der hatte einfach einen Kippenträger. Dann kann er die, wenn er absteigt, direkt rausnehmen und schön Lungenbrötchen. Doch? Frag Maurice. Ja, das brauchst du, Julian. 100 Prozent. Wo kriege ich das her? Das wäre echt krass. Damit die Lungenbrötchen noch schneller reinkommen können. Ich mach dir was fertig aus dem 3D-Drucker.